119 zu den VfB News dieser Woche, wie immer alles unterteilt, wir haben alle Quellen in der Videobeschreibung am Start, ihr wisst Bescheid. Wir legen los mit dem, was ich auch schon seit Wochen so ein bisschen sage und wo ich ein bisschen Furcht habe vor der neuen Saison, sagt auch Matarazzo. Also er sagt, besondere Herausforderungen, Historia ist Warnung und das schwierige zweite Jahr. Es gibt einen Kickartikel hier am Start. Er sagt auch, vielleicht ist die ursprüngliche Euphorie nicht mehr vorhanden, die Gegner werden uns nicht mehr unterschätzen, sie wissen, wie wir Fußball spielen wollen und das ist eben auch, du wirst nicht mehr so einen Aufstiegshype erleben, nicht mehr so eine Aufstiegseuphoriewelle reiten können, wie du es in der letzten Saison getan hast. Muss natürlich auch alles nichts Schlimmes heißen und natürlich auch die zweite Saison nach dem Aufstieg direkt wieder abgestiegen ist. Wir kennen das Beispiel von 17-18, wo man eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Man siebter wurden sogar zwei Plätze besser ja noch als letzte Saison und dann in der folgenden Spielzeit ging es runter mit einem riesen Transferfenster davor, mit großen Erwartungen, mit wirklich, keine Ahnung, da war wirklich die Erwartungshaltung ja quasi auf Europa-League und dann ging es halt komplett nach hinten los mit der Relegation gegen Union, wissen wir ja alle. Ist aber gut, dass die Jungs und Mädels das ja im Klub auch wissen, dass sie da auch einer ähnlichen Meinung sind und nicht irgendwie glauben, jetzt durchdrehen zu müssen, nur weil man kurz vor der Conference-League war. Aber generell, wir sind ja so aufgestellt, dass wir glaube ich keine, ja, keine Dietrichs mehr am Start haben, die in den nächsten drei Jahren mit Champions League planen. Deswegen ist es glaube ich ganz entspannt. Aber wir machen die kleine Ecke, oder diesmal eine sehr, sehr kleine Ecke mit den Transfer-News. Ich habe mir genau zwei Tabs offen vor mir. Tab 1 ist auch direkt wieder abgeschlossen eigentlich. Wie ist Badener Kurier? Sascha Kalajic könnte Kandidat für die Silva-Nachfolge bei Frankfurt sein. Kann sich für jetzt wieder schließen einen Tab, weil in welcher Welt ist Frankfurt ein Top-16-Klub, der irgendwie den nächsten großen Schritt für Kalajic zeigt? Plus vor allem, die haben 23 Millionen eingenommen für Silva. Der VfB mindestens 25 für Kalajic. Ne, also ich sehe es überhaupt nicht, dass er da hingeht. Heißt ja auch weiterhin, dass es noch keine ernsthafte Interessenlage gibt bei Kalajic. Wir sind da sehr optimistisch, dass er bleibt. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit bleibt er unser Neuner für nächstes Jahr, für diese Saison. Wie gesagt, 25 Millionen, 3 Millionen mehr als der Marktwert wollen wir mindestens haben. AC Mailand scheinbar die heißeste Option. Natürlich ist auch Tottenham immer wieder die gleichen Gerüchte. Vielleicht passiert da was, wenn die eben Kane abgeben. Aber Stand jetzt sehe ich keine dicken Abgänge mehr bei uns. Und natürlich auch noch der Stand bei Chris Führig. Ja, mindestens 2,5 wollen sie wohl haben von Paderborn, steht hier. Wir bieten wohl eine halbe Million drunter, also 2 Millionen. Ist ja sowieso einer jetzt, keine Ahnung, ohne ihn groß gesehen zu haben, den ich aber rein von Position her an und für sich nicht brauche. Also ist halt immer das Thema, wie gibst du ab? Wenn du Clement jetzt auch noch abgibst, wenn du Tommy abgibst, dann ist es jemand, der die Lücke füllen kann. Wenn du damit aber sowieso nicht planst und die sowieso nicht los wirst, dann brauchst du auch einen Führig nicht. Dann musst du da auch nicht seit gefühlt 3 Monaten an der Ablösung rumkacken für jemanden, der halt wirklich bei Paderborn eine halbe Saison gut gespielt hat und halt, keine Ahnung, nicht diesen normalen Talentweg geht, was aber halt auch der Grund sein könnte, ihn zu holen. Ein bisschen wird schon was in dem Seemann so eng dranbleibt. Aber wer einer, keine Ahnung, braucht es für mich, doof gesagt, nicht zu verpflichten, den Führig, so doof es klingt, jetzt ohne irgendwas gegen ihn zu haben, weil ich ihn jetzt nicht groß analysieren kann, nicht groß gesehen habe. Aber an und für sich, nimmt mich die Personalie nicht wirklich mit. Was mich mitnimmt, wir sind jetzt so ein bisschen bei offiziellen Geschichten, ist die Laie für Dresden von Aydonis. Finde ich wirklich, wirklich gut. Wird ein Jahr ausgeliehen an Dresden, ist ja jetzt gerade eben aufgestiegen in der 2. Liga. Hoffen natürlich, dass er da auch viel Spielzeit bekommt, weil dann lohnt sich die Laie erst. Aber gute Liga, guter Klub, hat er glaube ich auch die Chance, als jemand, der aus der 1. Liga kommt, einige Spiele zu machen. Ein Jahr lang ist er dort, er hat richtig Bock, sich dort auf den Platz voll reinzuhauen. Und ist auch für Dresden ein chilliges Ding, weil wir wollen keine Leihgebühr, kein Nichts. Der kommt quasi für 0 Euro nach Dresden. Also eigentlich kann, kann eigentlich nur eine Win-Win-Win-Situation sein. Hoffen wir mal, dass die Laie wirklich so gut ist, wie wir uns erhoffen. Und nächste Laie und das zweite Offizielle hier, Pablo Maffeo. Dann war es wohl doch nur, ja, Transferpolitik zu sagen, wir überlegen uns, Maffeo vielleicht doch noch einzubauen bei uns im Team. Nee. Er wechselt zu RCD Mallorca in die 1. Liga. Die sind, glaube ich, wieder aufgestiegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Leihgeschäft für die eine Saison. Ich meine auch, ich sehe es hier beim VfB in der Meldung nicht und habe auch die Quelle nicht gefunden, aber ich meine auch, dass Mallorca ziemlich viel von seinem Gehalt übernimmt. Weil das ist natürlich immer auch das Ding, ne? Wie machst du vom Gehalt? Wahrscheinlich haben wir auch viel von seinem Gehalt gezahlt, wo er halt in Spanien rumgechillt hat, per Laie. Und wieder eine Kaufpflicht diesmal. Ich glaube, es waren öfter Kaufoptionen oder halt auch Kaupppflichten, die halt einfach nicht geklappt haben, weil eben, ne? Die Bedingungen nicht erfüllt wurden. Diesmal ist die Bedingung wieder, dass sie eben drinbleiben. Der RCD Mallorca, also können wir auf den Club ein bisschen gucken und hoffen, dass die Kollegen drinbleiben. Da ist eine Kaufpflicht drin. Ähm, habe jetzt nirgends eine Ablöse gesehen bisher oder irgendwelche Gerüchte gesehen dazu, aber Marktwert ist wahrscheinlich irgendwie 2, 3, 4 Millionen. Vielleicht ist es 3 Millionen, vielleicht sind es 4 Millionen. Dann nehmen wir das mit, ne? Dann ist die, 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 die Causa Maffeo endlich mal erledigt. Der Kollege kam da jetzt top, ne? Mit riesen Vorschusslorbeeren kam er unter Reschke eben nach der 17, 18, also so für 9 Millionen, glaube ich, kam er damals von Man City. Große Hoffnungen reingehabt, dass er auch eine Entwicklung nimmt, wie es jetzt den Sosa gemacht hat, auch wenn er auch ein paar Jahre gebraucht hat, ne? Aber es war ja die Hoffnung, dass wir die Außenverteidiger für die nächsten Jahre haben. Hat er eben nicht gewollt. Wir kennen die Geschichte, brauche ich nochmal vorzutragen. Und dann wirklich drei Leihgeschäfte seither nach Spanien. Nochmal Girona, danach war es, glaube ich, Huesca und jetzt Mallorca. Also Spanien scheint ihm wohl zu liegen. Da hat er, glaube ich, auch noch ein ganz, ja, ganz angenehmes Ansehen, glaube ich, in Spanien noch. Ähm, da ist er nicht so unten durch wie hier und dann lass doch Mallorca einfach drinbleiben und dann ist der Kollege weg, ist die Geschichte erledigt. Nächste Kategorie, wir haben ja gestreamt gehabt, war eine sehr geile Nummer. Ähm, wir fahren im Pokal nach Berlin. Äh, wir spielen gegen den Vertreter des Berliner Fußballverbandes, war auch wieder klar. Nachdem es vorausdruck nicht wurde, wird es halt der Klub, der noch nicht mal feststeht. Ähm, vermutlich wird es der BFC Dynamo. Kann auch sein, dass wir vielleicht einfach so durch die Runde durchschießen, ne? So, wenn die sich richtig nicht geklärt bekommen, haben wir vielleicht ein Freilos. Mal gucken. Sonst geht's, äh, am, im Zeitraum vom 6. bis zum 9. August, ähm, nach Berlin. Wo wir auch schon mal waren vor ein paar Jahren, glaube ich, vor 8 Jahren oder sowas, zum Start der 13-14er-Saison, wo wir auch schon mal beim BFC Dynamo 2-0 gewonnen müssen, glaube ich, gewesen sein. Deswegen gerne wiederholen. Ähm, sonst kann ich zum Gegner nicht viel sagen. Musst du schlagen, erste Runde Pokal. So, ganz logische Geschichte. Und halt eben mal kein Hansa Rostock. Wir hatten auch unser erstes Testspiel. Das Jako-Spiel gegen den FSV Hollenbach. Mit 10 zu 1 haben wir den Dingen gewonnen. Interessant ist natürlich, wie wir gespielt haben, ne? Wie wir aufgestellt haben. In der ersten Hälfte stand ein Müller auf dem Platz. Anton als Kapitän. Ich meine, gut, Endo ist noch weg, ne? Der ist, glaube ich, der Favorit schlechthin auf den Kapitänsposten. Aber trotzdem, Anton hat ihn da bekommen. Vielleicht der Nummer 2 hinter Endo, der eben jetzt für Olympia, äh, nicht am Start war. Äh, kämpft dann noch. Stenzel, Karasor, Al-Ghadoui, Clement, Nartai, Massimo, Armada und Sanko. In der zweiten Halbzeit. Predlo, Mafropanus, Mola, Karasor. Wechsel dann, äh, kam quasi für, für, ähm, für Stenzel oder irgendwie, weiß ich nicht, wie es hier genau steht. Ähm, Philipp Förster, cool, auch geil. Nartai ist drauf geblieben. Ähm, dann kam Clement noch für Massimo. Ich glaube, so rum ist es gemeint. Äh, und dann Beyers und Jordan Meyer auch. Hat ja auch Profi-Vertrag bekommen. Und Luca Mack, wie gesagt, 10-1 gewonnen. Eigentor 0-1. Sanko hat eine Hütte gemacht. Al-Ghadoui in Elferein. Armada mit einem schönen Tor. Förster, dann hast du das 1-5 kassiert, was auch schön war. Also ich habe quasi die Highlights geschaut vom Spiel halt, ne? Stream durchgeskippt bis zu den Toren. Nochmal Förster, cool, auch getroffen. Stenzel auch und Sanko auch doppelt getroffen. Also da können wir uns wirklich, glaube ich, auf was freuen. Auch wenn natürlich Hollenbach, ne, ist kein Gradmesser, aber hat schon Bock gemacht, den da zuzugucken in dem, was ich gesehen habe. Vor dem Testspiel, Matarazzo war auch zufrieden. Wir haben in den vergangenen Tagen schon hart gearbeitet. Die Jungs haben schon viele Meter in den Beinen. So haben wir heute in beiden Hälften unsere Minuten gebraucht, um reinzukommen. Danach war das Spiel aber gut im Fluss. Die Bindung zwischen den Mannschaftsteilen hat gestimmt und es war eine gewisse Spielfreude zu spüren, wodurch wir auch zu vielen und schönen Toren gekommen sind. Hat den Spielern auch den Spaß angemerkt, wieder vor Zuschauern zu spielen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele es da genau waren. 500, waren es vielleicht sogar 1.000, irgendwie so. 500, 700, irgendwo so um den Dreh. Und hat er auch gesagt, Matarazzo, er spürt eine Vorfreude. Aber das ist halt das typische Gelaber von der Saison. Aber wenn er da sagt, ich spüre keine Vorfreude, dann wäre irgendwas falsch, glaube ich. Die nächsten Testspiele, da dürfen bis zu 2.000 rein. Im Robert-Schlin-Stadion könnt ihr euch auch Tickets holen, wenn die schon alle weg sind. Gegen St. Gallen am Samstag, also morgen um 15 Uhr. Und am Mittwoch um 15 Uhr dann gegen Darmstadt. Ein dickes Ding, was vielleicht ansteht am Testspiel, ist der FC Barcelona. Nämlich Ende Juli, laut Stuttgart-Zeitung-Reaktion, am 31. Juli ist das geplant, weil die eben auch im Trainingslager in Donau-Eschingen sind, aus Barca, die Barcelona. Einziges Problem für mich, da kommt direkt die Angst wieder hoch, weil es ist nicht wie Liverpool in dem Trainingslager einfach ohne Zuschauer gegen einen großen Klub spielen. Nein, geplant ist scheinbar wirklich als Austragungsort. Die Mercedes-Benz Arena mit ein paar Zuschauern, also was weiß ich, wie viel du da reinlässt. 5.000, 10.000, kein Plan. Und da hast du halt direkt natürlich die Flashbacks. Du hattest das unter Zorniger, Main City geschlagen, vor quasi voller Hütte mit 4.2, alle gehofft, abgestiegen. Du hast gestartet gegen Atletico nach der 17-18er Saison, mit großem Hype, Unschieden gespielt, auch vor quasi voller Hütte, ich war auch da, und dann abgestiegen. Blöde Statistikangst, weiß ich auch. Aber es ist halt da, diese Vergangenheit ist halt da. Wobei natürlich trotzdem ein Testspiel gegen Barcelona schon was Feierbares hätte. Ich weiß nicht, ob ich da ins Stadion gehen würde, rein von der Zeit her, rein von dem, wo ich da gerade bin, mit Studium und so weiter. Aber an und für sich natürlich schon geil. Ein Testspiel gegen Barca im Stadion hätte schon was. Hat natürlich den Fadenbeigeschmack von diesen letzten Testspielen gegen große Klubs im Stadion vor der Saison. Aber wir gehen mal die Riege Talente an, so ein bisschen. Hat hier jemand auf Twitter gebaut? Quasi zwei Teams, Team A, Team B, mit 22 Spielern halt. Müller, Mafopanas, Anton Kempf, Endo, Sosa, Mangalas, Mangala. Ja, Silas, Bejas, Kalajtic und Sanko in dem einen Team. Und im anderen Team dann auch nochmal Müller. Gut, da bleibt ein bisschen was in der Abwehr. Mafopanas, Anton, Sufa hat da rein. Mola, Armada, Narte, Eklov, Kowol, Klimovic, Massimo. Wir haben wirklich eine riesengroße Bahnbreite an Talenten. Das ist schon krank. Nix-Talent ist auch gesichert worden. Wir verlängern mit Münst. Wie gesagt, ich würde auch wieder lügen, wenn ich groß was über Jugendspieler sagen könnte. Ähm, bis 2025 wieder Mittelfeldspieler. Wahrscheinlich ähnlich wie, wie, wie Meier. Ähm, bis 2025, ähm, verlängert, wie gesagt, 19 Jahre alt. Auch ein Zeichen, dass du mit dem längerfristig planst. Und auch nett, hat jemand auf Twitter geschrieben, unsere U17 hat übrigens 9 zu 0 gegen die U17 von Freiburg gewonnen. Das heißt, auch da ist eine gute, gute Generation am kommen. Ähm, und auch so kooperationsmäßig wird auch wieder weitergemacht. Hier auch im, quasi im Stuttgarter Kreis, in der Nähe, ne. Äh, unser NLZ und der VFR Ahlen kooperieren. Ab sofort im Grundlagen- und Aufbaubereich. Auch schön, einfach regional, das passt. Was nicht schön ist, was auch Kader angeht, ist Lee Eckloff, der am Mittelfuß operiert wurde. Wahrscheinlich mittlerweile schon operiert wurde. Ähm, und er fällt mindestens sechs Wochen aus. Geht auch die Rede von drei Monaten. Ähm, ja, ist wirklich scheiße. Also, ich hoffe, er verbaut sich oder ihm wird keine große Karriere verbaut durch diese ganzen Verletzungen. Dreh war es so rum. Weil wir haben da ja schon viel Hoffnung in den Eckloff. Hat es halt noch nie krass bestätigen können in der ersten Mannschaft. Das ist ein einziges zu bekommen in der letzten Saison. Aber halt die ständigen Verletzungen ist wirklich nicht geil. Also, ich hoffe, dass es mal dann hoffentlich ein Letzte ist für eine gewisse Zeit. Und dass natürlich da auch gut rauskommt. Ähnlich wie ein Ziel hast, dass die alle aus ihren längeren Verletzungen alle wieder gut rauskommen. Und dann, auch personell, ähm, der dann, ne, war angekündigt oder war uns allen klar, es ist offiziell, ähm, der auch später kommen wird. Genauso wie auch ein Endo wurde auch Florian Müller, äh, nominiert für die Olympischen Spiele für Deutschland. Ähm, ja, geile Aktion. Ist vermutlich dann auch mal Stammkeeper, würde ich mal tippen. Ähm, ja, viel Spaß an den Kollegen. Ähm, und mal gucken, wie es da jetzt mit Olympia aussieht, was man so holen kann. Der Kader ist ja, ja, keine Ahnung, so komplett random Kader. Dann kannst du es so nicht zuordnen. So ist es so ein bisschen U23, bisschen U21, völlig durcheinander. Ähm, mal gucken, was geht. Letztes Mal Olympia sind sie, glaube ich, bis ins Finale gekommen, gegen Brasilien dann dort gescheitert. In der Gruppe spielen sie auch gegen Brasilien. In der Gruppe ist dann noch Saudi-Arabien dran und, ähm, Elfenbeinküste. Mal gucken, mal gucken. Was natürlich auch noch sehr interessant ist, äh, was jetzt vor ein paar Tagen rauskam, ist der Start in die Saison. Die ersten Spieltage wurden terminiert. Wir gehen mal durch. Unser allererstes Spiel ist ein Samstag 15.30-Spiel zu Hause gegen Fürth. Also gleicher Start quasi wie letzte Saison. Da hatten wir auch Samstag 15.30 reingeschaut. Erster Spiel, Heimspiel, damals gegen Freiburg. Danach Freitagabendspiel am 20. August in Leipzig. Danach haben wir wieder Heimspiel gegen Freiburg. Wieder Samstag 15.30. Und danach haben wir eine komplette Sonntagriege. Danach spielen wir in Frankfurt am 12. September. Sonntag 15.30. Selbe auch zu Hause gegen Leverkusen eine Woche später. Sonntag 15.30. Und auch nach Bochum geht es dann am Sonntag um 15.30. Ja, das heißt, auf Sky wirst du recht wenig sehen. Es läuft alles über der Sonne wahrscheinlich. Sonntag auch nicht so eine geile Anstoßzeit eigentlich. Aber, ja, immerhin 15.30. Und diese 19.00 Uhr, 18.00 Uhr Sonntagsspiele ist ja noch ein bisschen dämlicher. Aber natürlich ist allen am liebsten so ein bisschen das Samstag 15.30. Auf Freitag finde ich in Ordnung. Aber Sonntag hat irgendwie, keine Ahnung, nicht so den besten Ruf unter Fans. Die Fanrückkehr ist auch schon ein bisschen geplant, ein bisschen vorgeplant. Fanrückkehr mit maximal 25.000 Zuschauern, schreibt der Kicker. Bedeutet im Prinzip, dass Jaren demnach zu maximal 50% ausgelastet werden dürfen. Wobei die Gesamtzahl der Zuschauer dann bei 25.000 gedeckelt ist, weil es eben in Dortmund zum Beispiel. Wäre die Hälfte mehr als 25.000. Das heißt, bei uns wäre das möglich. Bis zu 25.000. Es gibt auch diese kritische Inzidenzzahl. Die darf nicht über 35 liegen. Lustigerweise in Baden-Württemberg. Also für uns liegt die Obergrenze bei 50. Mal gucken, wie es genau aussieht. Wann die ersten News kommen. Ist ja noch eine Weile hin. Knapp einen Monat noch hin, bis es dann der Saisonstart ist gegen Fürth. Aber was da so für Meldungen noch kommen, wie viel genau rein dürfen, müssen dann meine, glaube ich, in dem Trainingsauftakt auch etwa 20.000. Also irgendwo um den Dreh wird es schon gehen. Vielleicht sind es auch nur 15.000. Irgendwie so und natürlich auch logischerweise Negativ-Test oder halt genesen oder halt getestet. Die drei Gs quasi. Ist ja allen klar, dass die da rein dürfen. Und die Frage, was dann halt passiert, wenn du drin bist. Musst du eine Maske weiterhin aufhaben. Wie bauen sie es hin? Baust du es wieder wie Schachfeld quasi? Wie gegen Leverkusen damals? Oder baust du es halt irgendwie zwei, drei nebeneinander und dann wieder platzfrei wie gegen Freiburg? Mal gucken, was sie da vorhaben. Ähnliches Vorgehen haben sie jetzt auch. Die gehen so ein bisschen mit den Corona-Tests zurück in der Liga, in den Spiel, an den Spielern quasi, die immer getestet werden. Denn die, die eben genesen sind oder geimpft sind, brauchen, machen keine Corona-Tests mehr. Ja, ist glaube ich, ist in Ordnung. Passt. Gab auch irgendein Gerücht, oder habe es auch beim STR-Podcast gesehen, gehört. Irgendein Gerücht, glaube ich, dass nur Geimpfte beim VfB in Stadion kommen dürften. Also die Gerüchte gibt es auch. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Aber eigentlich macht es keinen Sinn, nur Geimpfte reinzulassen. Weil die anderen zwei Gs sind ja genauso, die klappen halt genauso für das Corona-Geschehen, sind ja genauso wertvoll. Ähm, deswegen mal gucken, was da in Infos kommt. Ist ja, wie gesagt, noch knapp einen Monat hin. Und dann zum Abschluss kurze FIFA-News quasi, die letzte News hier am Start. Ähm, es sind alles nur Leaks oder, ne, so, ne, halbwegs so ein bisschen bestätigt, halbwegs Leaks, mal gucken. Aber für uns VfB-Fans gibt es scheinbar eine Gomez-Karte. Ähm, zuerst dachte ich Icon, bin da nicht mehr so drin in dem Game. Ähm, aber scheinbar wird es irgendwie so eine komische Hero-Karte, so eine Icon-Hero-Karte. Also quasi eine einzige Club-Hero-Karte für ihn. In den Leaks packen sie ihn halt zu den Bayern, packen sie ihm Bayern-Logo drauf, äh, wegen dem Triple und so. Also ich hoffe immer noch leicht, dass es vielleicht doch ein VfB-Wappen wird oben drauf auf die Karte. Sonst wird die trotzdem auch irgendwie geholt als Bayern. Aber auf jeden Fall geil, dass Gomez irgendwie so eine Special-Karte bekommt, auch wenn die wahrscheinlich ähnlich unspielbar wird, wie ein Klose jetzt vorne drin oder sowas, ne. Und sonst sind wir durch mit den News. Mal ein Ticken lang, ein Ticken weniger als in den letzten Wochen. Ein bisschen weniger passiert. Wir sind halt vor allem auch transfertechnisch quasi durch. Wir haben so ein bisschen das Gerücht von Galajic, bleibt da, geht er. Dann auch so kleinere Dinge wie Tommy und auch einen, ähm, Klement, einen Führig, die immer wieder so ein bisschen aufploppen, weil halt nicht mehr die richtig dicken Fische allzu viel wird nicht mehr passieren. Langsam geht es in die Saisonvorbereitung. Es wird einfach ein Ticken weniger. Ist, glaube ich, auch angenehm dann für euch zu hören. Natürlich auch generell wieder zu allem hier zum Saisonstart. Zu welchen Spielen geht ihr? Würdet ihr ins Stadion gehen? Wenn wieder Zuschauer rein dürfen, auch eine große Frage zu allen Themen, wie immer gerne in den Kommentaren eure Meinung dalassen. Dann bin ich durch für heute. Bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen für dich auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal.